Heute schauen wir uns unglaubliches Suski über die Toilette an. Denn, Freunde, es gibt eine neue Toilette. Ich sage mal, sie ist eine Ghost-Toilette. Wie schlimm die ist und vor allem wie gruselig die aussieht und was die mit dem Titan-TV-Man macht, werdet ihr sehen. Es wird eine sehr, sehr geile Folge. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Und lasst auf jeden Fall ein Like für dieses Video da. Ganz wichtig, das, Leute, ist ja ganz schnell gemacht. Ich wünsche euch viel Spaß. Kuss, wir gehen rein und let's go. Ah, Virlands, mein Bester. Mal sehen, was er so gezaubert hat. Wir sehen hier einen Helikopter. Cameraman lässt ihn rein und es gibt einen Abflug. Aber warum? Ist hier was passiert? Junge, wer ist er denn, Alter? Bro, die ganze Stadt wird gerade pulverisiert. Digga, dieser Skippy, die Toilette kriegt, ne? Ja, einfach das Gebäude umgetreten, auf chillig. Digga, pack die Kanone aus. Laser den Typen mal weg. Jetzt muss aber... Oh, Bro, solche dicken Shots sind da gekommen. Aber ich glaube, das endet böse. Guck dir den mal an. Ja! Wer ist das? TitanGod? Ich lieb den dafür, Mann. Wie cool ist das? Okay, so cool ist das vielleicht doch nicht. Der ist ganz schön stark. Aber Junge, wie der den da in die Häuser reinwirft. Was ist er? War das gerade ne Einbrecherskip in die Toilette? Bro, Mayday! Mayday! Oh, no. Musste das passieren? Oh, jetzt bin ich gespannt, wie die Story weitergeht. Der Helikopter brennt. Wir sind am Boden, aber anscheinend haben wir überlebt. Und da gibt es diesen Riesenfight, ne? Oh, Junge. Nicht cool. Bro, der hat ihn so dick eins reingelasert. Aber das juckt ihn nicht. Er lasert zurück. Und was ist hier? Junge, was soll das denn immer mit diesen Skippy Toilettes? Er ist am Wegfliegen. Er ist auch am Wegfliegen. Und er wurde anscheinend gerade von der TV-Woman gesaved. Ey, Leute. Ich sag euch ehrlich. Coolste Charaktere. Trotzdem frage ich mich immer wieder, was ist mit Titan-TV-Man passiert? Ihr fragt es euch doch auch alle, ne? Ich hab keine Ahnung, wo der ist. Erobern die jetzt die Stadt zurück? Es sieht ganz danach aus. Oder auch nicht. Bro, was ist das denn? Nein. Wie will man den denn vernichten? Jetzt will ich sehen, wie es weitergeht. Oha, was geht hier ab? Digga. Das sah gerade aus wie so ein Gruselhaus. Aber wir sind außerhalb der Stadt anscheinend. Moment mal. Flattywood? Das ist die Gegend, wo das spielt? In Flattywood? Okay. Ja. Da kommen Skippy Toilettes draußen. Das ist anscheinend die Stadt, die evakuiert worden ist. Ein Energiestrahl hat die mal eben so schnipp, schnippididipp weg ist, gibidit. Weißt du, wie ich mein? Ey, irgendwie ist dieser Fernseher süß, obwohl der nichts macht. Panzer kommen, langgefahren. Aber, was ist das? Titan TV Man! Wann kehrt er wirklich zurück? Oh! Man weiß nicht, was er gesagt hat, weil das wieder so Secret-mäßig ist. Wir gucken mal weiter. Panzer stehen. Titan TV Man ist da. Jetzt kommt diese Riesenmaschine an und zerstört mal eben kurz die Panzer. Ist das ein Wurm? Ein Skibbidi-Wurm oder was? Titan TV Man! Du musst was unternehmen! Stopp mal ganz kurz. Was hat er da für eine Kugel hier vorne? Seht ihr das? Achtet mal genau drauf. Oh, Bro! Den hat er mal kurz auseinandergenommen. Sieht aus wie so ein Energiekreisel, ne? Okay, mach kurz den. Voll der Riesenboss. Oh, das hat wehgetan. Das hat man sowas von gesehen, Leute. Kein einfacher Gegner, aber nicht so viel Schaden genommen. Titan God ist nämlich jetzt da. Und ihr wisst, was das bedeutet. Jetzt kann diese verdammte Toilette oder dieser Riesenwurm einpacken. So ein Ding ist das nämlich. Und guck mal, wie schnell der sich aus dem Staub gemacht hat. Kleiner Schisser. So ein Ding ist das. Ich will sehen, wie der jetzt auseinandergenommen wird. Oh, wir sind hier in einem anderen Gebiet. Erstmal anscheinend. Was ist das denn? Bro! Was ist das denn da drüben? Ist das ne Toilette? Komisch. Er guckt hier rüber und will dahin. Das Ding kommt näher. Oder auch nicht. Ist das Ding böse? Der sieht voll gruselig aus. Die Toilette ist weg. Das ist kein gutes Zeichen, Leute. Alarm kommt. Yo! Bro, selbst der Fernseher kann nichts gegen die Toilette ausrichten, oder? Ach, du heiliger. TV-Moment. Hast du irgendwie einen anderen Plan? Sieht schlecht aus. Titan-TV-Man! Übernimmt gerade mal das Zepter. Wir wurden in Sicherheit gebracht. Aber yo! Was war denn das grad für ne Toilette? Okay, Leute. So ne Secrets oder so ne Mystery-Aktion finde ich ziemlich cool. Wir gehen gucken, was es mit dem Ding auf sich hat. Hier sieht man's. Das Teil kämpft gegen Titan-TV. Und hat ordentlich Impact. Auch schlägt gut ein, ne? Aber er kriegt sie auch nicht. Die ist zu schnell unterwegs. Überlicht geht auf diese Toilette. Und oh, die ist gerade in seinen Monitor reingeflogen. Ich glaube, das hat was mit ihm gemacht. Ja. Digga. Was geht bei ihm ab? Hä? Bro! Holy Moly! Das Teil hat sich mit Titan-TV-Man fusioniert. Wisst ihr, warum ich den Typen so feiere? Weil der lässt sich Sachen einfallen. Ich schwör's euch. Das ist nicht von dieser Welt. Wir gucken mal weiter. Was haben wir hier? Ja, das typische, ne? Kurz mal ein Klo runtergespült. Kurz mal ein abgeseilt. Man kennt ihn. Da ist Titan. Wie nennen wir den eigentlich? Es ist Ghost Titan. Die Toilette sollte Ghost heißen. Und hier ist der Speakerman Titan. Kuss geht raus erstmal an ihn. Das ist doch auch hilfst, Bruder. Aber ich glaube, das hättest du nicht tun sollen. Gib einfach kurz einen Shot rein. Das war's oder was? Was läuft denn hier? Er versucht wegzufliegen. Hinter ihm irgendwie dieser Fernsehstrahl. Dinge explodieren. Junge. Das Teil ist schnell. Oh, yo. Kamera Titan requested. Oh, ist das cool. Ich denke, jetzt wird der Camera Titan gerufen. Gleich gibt's so eine dicke Fetzerei, Mann. Mal sehen, was hier so läuft. Anscheinend ist er irgendwie Magier. Hat irgendwie psionische Kräfte. Und schmeißt die erstmal auf die Stadt. Finde ich nicht cool. Es ist der... Nein, der Speakerman Titan. Muss jetzt hier kämpfen. Aber der Titan Cameraman wird noch kommen. Ich weiß es genau. Er schießt irgendwie ein paar Shots. Mhm. Oh, der ist so schnell, der Charakter. Und er hat ihn in die Knie gezwängt. Man kann nichts gegen ihn tun, ne? Wie kriegt man den da wieder raus aus dem Fernseher? Der Titan Cameraman. Smash halt mal kurz ins Hochhaus rein. Bruder. Junge. Wisst ihr, an was mich das erinnert? So ein... Man kennt ihn. In der Schule, es ist so ein kleiner Dulli da. Der Kinder ärgert. Okay? Und dann kommt der Große von der Seite und fetzt ihn um und sagt, Digga, was willst du hier, Mann? Mach nicht so einen Stress. Und genau so einer ist Camera Titan. Die... Also... Ey. Wie kriegt man den da jetzt raus? Weiß man noch nicht. TV-Woman ist da. Die gehen da jetzt hin. Die müssen jetzt irgendwie dieses Teil aus dem Fernseher da rauskriegen. Er nimmt ihn hoch. Man sieht. Die Toilette kommt raus. Und ich würde sagen... Marona spülen. Nein. Das Ding ist weg. Interessant. Denn wir haben noch ein Part. Ich bin gespannt, ob die Toilette wieder auftaucht. Das Ding hier ist ganz frisch. Vor acht Stunden hat er das rausgehauen. Und man sieht... Die Kamera ist da. Hinter ihm war eine Skibity Toilette. Ich hoffe, er hat es gesehen. Muss man eigentlich vernichten. Unten war eine gelaufen. Ja. Was ist das denn? Eine kleine Drohne oder was? Cool. Aber wo fliegt die hin? Und vor allem, was bewirkt das jetzt hier? Guck dir das an. Wie die gerade die Stadt aufräumen. Der Titan. Die Weeman macht auch mal kurz Welle. Kurz mal eine dicke Schelle reingeben. Und hier ist der Titan-Gott. Der nennt sich eigentlich Tri-Titan. Habe ich vorhin gesehen. Aber Digga, was ist das für eine Maschine? Warte mal. Sind das Xbox-Zeichen? Oder bin ich einfach nur ein Dulli? Schreibt mal gerne in die Kommentare. Hashtag Xbox. Wenn ihr glaubt, das ist ein Xbox-Zeichen. Wow, das Teil ist so eine Maschine. Ready, um die ganze Stadt zu deffen. Alter, was für coole Videos. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, Freunde. Aber der Virlands hat richtig Potenzial. Gefallen mir sehr, sehr gut. Ich bin gespannt, wohin die Story noch geht. Und ich würde sagen, das war es wieder mit einer Runde Skippe-die-Toilet. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert den Kanal, wenn ihr noch mehr Skippe-die-Toilet-Content sehen wollt. Dickes Küsschen. Dano out. Out. Bis zum nächsten Mal.